Dass wir gleich unten sind und vielleicht sogar 10 Skeps dort in einem Raid. Naja. Bin ich ganz am Arsch der Welt gestorben. Ich bin ganz am Arsch der Welt gestorben. Da hinten jetzt einer. Bin mir nicht sicher, ob sich da hinten was bewegt hat. Kann natürlich sein, weil ich wahrscheinlich nicht der Einzige bin, der die Quests machen will. Also drei Skepsons glaube ich sind mittlerweile. Nein, 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 nein. Was ist das? Ja, bläde, geh du, scheiße! Voi, voi! Voi, bläde, ne baut его! Wot, 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 koniec, kibbe! Schau! Schau! Geh nidda! Schau! Schau! Uncool. Das Gute ist auch, ich sehe sie nicht richtig. Im Dunkeln. Schau! 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 Ich kann mich jedenfalls nicht beschweren, dass keine Skepsis da sind. Ich glaube, der hier hinten hat sich verpisst. Hoffe ich. Ey, der hat mich schon getroffen. Ich habe noch nie mal einen Schuss gehört. Schau! 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 Nein! Oh, Hallerschwede! Hat der mich zerrubst? Junge! Diese Vollidioten! Alter Schwede! Vielleicht haben wir Glück und einer von denen, die ich erschossen habe, haben noch CMS dabei. Oder irgend sowas. Dorax ist Black, ja. Das ist richtig kacke. Wasser ist gut. So, aber vier Stück waren das bestimmt. Einen habe ich noch gehört irgendwo, aber der war glaube ich nicht hier drin. Das war's. Das war's. Ich habe noch einen Bläh-E-Bach hier. Aber es ist richtig kacke. Ich habe noch einen Bläh-E-Bach hier. Ich weiß nicht. Es war ein Bläh-E-Bach. Ey. Mann, ey. Kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann rennt er weg, der Hosen-Scheißer. Besser wird's nicht mehr, nee. Ich kann vielleicht nur noch hoffen, dass ich noch den einen erschieße, damit die Hälfte der Steffs hier erledigt hat. Hm. Jetzt kommt mir, glaube ich, auch ein Spieler angehuft. Ja, du, ich bin der, du, ich bin der, du, ich bin der, du, ich bin der. Ja, ja. 1, 1, 1, 1. Ja. 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 Okay, das brauche ich nicht. Oh, Quas, sehr gut. Die Leute wissen, was ein Mann braucht. Oh. 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 Boah, Mann, hab ich ganz vergessen. Ne, bau ab. So, irgendwo hatte ich ja noch einen erschossen. Oh, ein paar, wo waren das? Vergessen. Kuckst! 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 Ach! Ugh! Sieht gar nicht mehr so taufrisch aus. Irgendwo schläft ja ein Skepp. Oh, er hat sich doch schon gelohnt. Jusek. Ich hab erst... Na ja, gut, da passiert nichts, ich glaube, mein Zeug kommt zurück und den Schlüssel hab ich eingesteckt zum Glück. Geil. Ähm, die Hälfte haben wir geschafft, nochmal so einen guten Raid und dann sind wir durch mit einer Quest. Und dann hab ich Hits gekriegt. Mich hat Plant Damage zerlegt.